Hi, das hier ist ein Zucchini-Medaillon, gefüllt mit Champignons, Bacon, Zwiebeln und obendrüber ein bisschen Ziegenkäse. Super lecker und wie ihr das macht, das seht ihr in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr jetzt die Zutaten, die ich für meine gefüllten Zucchini-Medaillons brauchen werde. Los geht es natürlich mit den Zucchini. Dann habe ich hier einen Ziegenkäse, eine Chilischote, Zwiebeln, Bacon, Champignons und dann brauchen wir noch ein bisschen Pfeffer und Salz. Die Kohlen glühen jetzt gerade schon im Anzündkamin durch und wir schnüppeln erstmal ein bisschen. Kümmern wir uns als erstes um die Champignons. Da schneide ich einfach nur unten am Strunk so ein bisschen was ab und dann werden die einfach nur geviertelt. Das reicht vollkommen aus, weil die werden gleich in der gusseisernen Pfanne ordentlich angebraten und fallen dann natürlich ein bisschen in sich zusammen. Die Größe reicht also, bereite ich jetzt vor und dann geht es gleich weiter. Als nächstes schnappe ich mir dann also die Zwiebeln. Champignons sind alle klein. Und die Zwiebeln, da muss man sich jetzt nicht so viel Mühe bei geben, die werden einfach nur in solche Würfel geschnitten bzw. gehackt. Auch die fallen gleich in der heißen Pfanne zusammen. Als nächstes kümmere ich mich um die Chilischote. Da fangen wir einfach vorne an und schneiden die in kleinen Ringen runter. Als nächstes kümmern wir uns jetzt mal um die Zucchini. Und da nehme ich mir jetzt also die Zucchini, schneide die Enden jeweils ab und dann schneide ich jetzt so, sagen wir mal so, drei Zentimeter breite Scheiben ab. Hier habe ich so einen Melonen-Ausstecher und damit gehe ich jetzt hin und steche oder höle ein Loch in die Zucchini rein. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das funktioniert super mit den Dingern. Machen wir das Ganze noch ein bisschen größer, damit wir gleich umso mehr Möglichkeit haben, das mit den Champignons und den Zwiebeln zu füllen. Aber das hier ist perfekt. Soll natürlich nicht durch sein, weil wir wollen ja nicht, dass es unten durchfällt. So ist das gut und die anderen bereite ich jetzt vor und dann geht es gleich weiter. So, die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Die Löcher in den Zucchinis sind drin. Zwiebeln sind klein, Champignons sind klein, Chili ist klein. Also geht es jetzt rüber an die heiße Pfanne. Die Wurstpfanne habe ich mir wieder hier auf meinen Dutch Oven draufgestellt mit der Dutch Oven App. Und wie ihr sehen könnt, die qualmt, die ist also richtig heiß. Da kommt jetzt der Bacon rein. So, wenn der Bacon dann angebraten ist, habe ich hier die Zwiebeln. Die kommen jetzt mit da rein. Und die Champignons kommen auch mit in die Pfanne. So, wenn dann die Champignons fast fertig sind, kommt jetzt noch die Chili mit dran. Auf die rühren wir ordentlich unter und braten sie an. Wir haben hier kein zusätzliches Fett in der Pfanne drin. Das ist jetzt rein das Baconfett, mit dem wir eben die Zwiebeln und die Champignons anbraten. Deswegen quietscht das auch schon ein bisschen, aber das sorgt dafür, dass sich eben die Champignons auch nicht mit Fett vollsaugen können, sondern einfach nur noch mega lecker bleiben. So, unsere Champignons sind jetzt angebraten. Die Pfanne nehme ich jetzt mal vorm Anzündkamin runter und verteile die Kohlen im Grill. So, hier habe ich also meine Pfanne jetzt mit den Champignons. Die werden jetzt mit ein bisschen Pfeffer und Salz noch gewürzt. Bitte nicht beim Anbraten machen, weil sonst zieht ihr euch die ganze Flüssigkeit aus den Champignons raus. Das wollen wir natürlich nicht. Und jetzt habe ich ja hier noch den Ziegenkäse. Ich denke, da reicht so ein halbes Stück. Und da hacken wir den jetzt ein bisschen kleiner. Und geben dann den klein gehackten Ziegenkäse mit an die Champignons dran. Und rühren das Ganze jetzt auch nochmal ordentlich durch. Die Pfanne ist jetzt nicht mehr glühend heiß, aber sie ist noch warm genug, dass der Ziegenkäse gleich anfangen kann zu schmelzen. So, da stehen sie also, meine kleinen Zucchini-Behälter. Und die werde ich jetzt füllen mit den Champignons und den Zwiebeln, dem Bacon. Und im optimalen Fall oben drauf nochmal so ein Stück von dem Ziegenkäse. Und die fülle ich jetzt so und dann kommen die gleich auf den Grill. Was ich jetzt noch machen werde, ich habe hier von diesem Ziegenkäse noch jede Menge übrig. Davon schneide ich mir jetzt noch ein paar Scheibchen runter, gar nicht mal dick. Und lege die oben auf die Zucchini drauf, dass das dann also gleich auf dem Grill schön drüber schmelzen kann. So, Zucchini sind fertig vorbereitet, rüber an den Grill. Den Grill habe ich mir für indirekte Hitze vorbereitet, das heißt Kohlekörbe stehen links und rechts. Und hier habe ich dann meine Zucchini. Die setze ich jetzt mittig auf den Grillrost drauf. Und dann machen wir den Deckel zu und lassen die jetzt einfach eine Viertelstunde überbacken. So, eine Viertelstunde später machen wir den Grill auf und so schauen sie aus. Der Ziegenkäse ist schön geschmolzen, ein bisschen braun obendrauf. Und die nehme ich jetzt mal vom Grill runter und dann wird probiert. So, dann würde ich sagen, schneiden wir mal eins von den Medaillons an und gucken da mal rein. So, so schaut das Ganze von innen aus. Und dann würde ich sagen, wird jetzt probiert. So, da habe ich also eins von diesen angeschnittenen Zucchini-Medaillons und das wird jetzt natürlich auch probiert. Also, die Füllung kennt ihr ja schon von diesen Crostini. Boah, Leute, es ist mega lecker. Die Zucchini ist inzwischen richtig schön weich geworden auf dem Grill. Zusammen mit diesem Ziegenkäse, der nach oben drüber ist, Leute. Ein wahrer Genuss. Perfekte Beilage, solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Und da wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei und ich hoffe, ihr habt auch Spaß an dem Video. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und freundlichen Kommentar. Solltet ihr noch keine Abonnenten meines Kanals sein, am Ende des Videos findet ihr oben mein Logo. Gerne draufklicken, den Kanal abonnieren. Dann sehen wir uns zweimal die Woche mit neuen Videos. Das war es für dieses Mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.